moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch ein neues side east deck zeigen indem ihr eure waffe verbessern könnt und zwar gibt es dieses einmal für die pistole für die mp und für die sniper ich zeige euch jetzt wo die verschiedenen stellen sind wo ihr die verbesserung vornehmen könnt fangen wir an mit der pistole und zwar müsst ihr hierhin vor dem kino und dann seht ihr hier in dem blumenbild ist ein bauplan und auf dem bauplan ist eine pistole das heißt diesen bauplan könnt ihr nur mit der pistole aufheben nachdem in dem bauplan aufgehoben habt dann kommt hier am fenster und hier spawnen jetzt verschiedene ziele die ihr abschließen müsst ihr müsst das schnell machen leute weil wenn ihr zu euch zu lange zeit lässt bricht das ab und ihr könnt dass diese runde nicht mehr machen wenn ihr dann alle abgeschossen hat dann verbessert sich eure waffe automatisch eine stufe bei der sniper und der mp weiß ich nicht wo die ganzen ziele spawnen aber ich werde euch mal zeigen wie weit ich gekommen bin und falls ihr die anderen ziele findet dann könnt ihr das in die kommentare schreiben und ich werde natürlich zu einem späteren zeitpunkt dieses video aktualisieren wenn ich wirklich weiß wo jedes einzelne ziel ist aber ich zeige euch jetzt erstmal wo die ganzen baupläne sind der bauplan für die mp befindet sich hier gegenüber von dem pizzaladen auf dem stein wie ihr seht ist da eine mp drauf und wie gesagt leute ich weiß nicht wo jedes ziel ist ich zeige euch jetzt einfach nur soweit wie ich gekommen bin und ihr könnt ja dann weitermachen und ich werde das später aktualisieren so bis hierhin bin ich gekommen leute und danach habe ich kein ziel mehr gefunden und die zeit ist abgelaufen jetzt zeige ich euch den bauplan für die sniper und zwar ist das auf dem videothek dach auf diesen dingen hier drauf und den könnt ihr wie gesagt auch natürlich nur mit der sniper aufheben und hier kenne ich auch nicht alle ziele leute also falls ihr noch mehr ziele wisst dann sagt bitte bescheid oder ich werde es natürlich wieder aktualisieren so ich zeige euch jetzt die ganzen ziele die ich gefunden habe und ich verabschiede mich an diese stelle auch von euch falls euch das video gefallen hat dann lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und falls du das update video zu diesem zeit ist nicht verpassen willst dann kannst du auch gerne ein abo da lassen und die glocke aktivieren ansonsten ciao und bis zum nächsten mal